Ein glücklicher Mund ist Instrument von dem Gesang, hat er gesagt. Wenn das Verzogen ist, verstimmt, dann stimmst du nicht. Du willst aber stimmen. Der Mensch läuft immer schneller, den heutigen sieht er gestern genug von hinten, hat er gesagt. Wenn der heutige ins Ziel kommt, bleibt der gestrige zurück in irgendeinem Staub. Dann hat der Mensch die Menschen abgehängt. Zweifel ist Denken auf einen Wein. Ein Schwein muss sich immer vor Augen halten, was es nicht ist, damit es eine höhere Idee von sich entwickelt. Ich habe furchtbar Angst, dass ich immer noch ein Schwein bin, das sich selbst nicht überwunden hat, wenn er wiederkommt. Sei doch mal still.